Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute gucken wir uns die drei spannenden Themen an. Zum einen geht es um HeartAid, die nun angefangen haben, sich in einem weiteren Mining-Bereich zu positionieren. Außerdem gucken wir uns an, warum Bloomberg darüber spricht, dass der Bitcoin ein risikofreies Investitionsprodukt sei. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, wie Krypto gegen die Pandemie ankämpfen möchte. Denn es gibt in New York nun einen Blockchain-gestützten Corona-Ausweis. Falls dir diese Themen jetzt schon gefallen und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann lass doch gerne diesem Video direkt erstmal einen Daumen nach oben da und abonniere gerne meinen Kanal. Gucken wir uns das allererste Thema an. Und hierbei geht es vor allem um HeartAid, denn der Mining-Riese möchte nun auch im Altcoin-Sektor aktiv werden. HeartAid gehört nun mal zu den größten Bitcoin-Minern, die es so gibt. Und sie haben nun 30 Millionen US-Dollar in die Hand genommen, um neue Nvidia-Chips mit dem CMP-Mining-Chip zu kaufen. In dem Fall wollen sie also weitere 1.600 Giga-Hash erweitern, um also hier deutlich effizienter unterwegs zu sein. Im Bitcoin-Bereich sind sie sehr erfolgreich gewesen, gehören mit zu den größten Minern und konnten eben als Alleinstellungsmerkmal beziehungsweise als alleinstehendes Unternehmen hier 3.000 Bitcoins schürfen. Das ist quasi die größte Menge an selbstgemeinten Bitcoins, die es so gibt. Und wenn wir uns mal angucken, in welche Richtung denn eigentlich die Märkte gehen, dann wissen wir ganz klar, dass der Bitcoin zum einen natürlich extrem erfolgsversprechend ist. Wir haben einen ultralukrativen Markt zum jetzigen Zeitpunkt und viele Miner haben Rekordumsätze feiern können. Das liegt natürlich vor allem an dem steigenden Preis des Bitcoins. Aber es gibt natürlich weitere Altcoins, die sehr, sehr spannend sind. Und ETH zum Beispiel und viele weitere. Und deswegen hat sich HeartAid nun dazu entschieden, eben auch in dem Sektor aktiv zu werden. Das heißt also, die Chips bzw. Grafikkarten, die sie nun gekauft haben, sollen dann in Zukunft für das ETH-Schürfen genutzt werden, weil sie sich davor natürlich auch einiges versprechen. Das Spannende ist, dass es jetzt passiert vor dem Start von ETH 2.0. Umso spannender wird es dann sein zu sehen, ob dann diese Entscheidung wirklich die richtige war und ob sie lukrativ ist. Am Ende wird ja sicherlich eine entsprechende Kalkulation durchgeführt worden sein, um dann solch einen Kauf bzw. solch eine Investition zu begründen. Und letztendlich wird es dann eben auch dazu führen, dass sicherlich die Preise der Grafikkarten etwas nach unten gehen. Nicht unbedingt durch das Investment von HeartAid, sondern vielmehr durch die Entscheidungen von Nvidia, eben eine sogenannte CMP-Reihe einzuführen. Denn das sind letztendlich Grafikkarten speziell für die Bedürfnisse von Minern, um also hier den Gamern wieder den Bereich zurückzugeben, auf den sie gewartet haben. Denn aktuell sind Mining-Grafikkarten in der Regel Gaming-Grafikkarten und dadurch wurde quasi von den Minern der gesamte Gaming-Grafikkartenmarkt aufgekauft. Oder die Preise sind extrem angestiegen, weil natürlich die Nachfrage so gigantisch war, dass man die Preise einfach nach oben schrauben konnte. Alles in allem sieht die Entwicklung sehr positiv aus. Ich bin gespannt, ob wie gesagt der Plan von HeartAid aufgehen wird, dass also das ETH-Mining hier entsprechend lukrativ eben ist. Und umso spannender wird es dann eben auch sein zu sehen, ob eben diese CMP-Reihe für Miner tatsächlich angenommen wird. Gucken wir uns das zweite Thema an und hierbei geht es vor allem um die Aussagen von Bloomberg, denn sie behaupten, dass der Bitcoin ein risikofreies Investitionsprodukt wäre. Das ist erstmal eine extrem gewagte Aussage. Natürlich wissen wir, dass der Bitcoin extrem stark ansteigen konnte. 2020, 2021 sind nun mal für den Kryptomarkt extrem erfolgreiche Jahre, wenn nicht sogar die erfolgreichsten, die eben die Kryptowährungen hingelegt haben. Und nun hat sich Mike McClone von Bloomberg Intelligence nochmal dazu geäußert und er ist nun eben der Meinung, dass der Bitcoin in diesem Jahr zum risikolosen Investitionsprodukt geworden ist. Und das ist erstmal grundsätzlich eine sehr gewagte Aussage, weil das bedeuten würde, dass jeder bedenkenlos in Kryptowährungen Kapital stecken könnte und dass es keine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass also Bestände verloren gehen im Sinne von, dass die Kurse extrem stark balabieren und dadurch eben alles den Bach runter geht. Ich denke, diese Gefahr besteht in gewisser Weise immer. Es ist nun mal ein Spekulationsobjekt und bevor eine Investition getätigt wird, sollte sich jeder mit dem Thema intensiv auseinandersetzen und dann erst Entscheidungen treffen und vor allem eben nur Kapital investieren, dass jemand eben auch bereit ist zu verlieren. Das sind ganz wichtige Dinge, die hier beachtet werden müssen, wenn ein Mike McClone um die Ecke kommt und darüber spricht, dass der Bitcoin absolut sicher sei und die 400.000 US-Dollar in diesem Jahr realistisch sind, dann ist das eine gefährliche Aussage, gerade für alle die, die neu in den Markt kommen und das Gefühl haben, etwas verpassen zu können. Umso vorsichtiger sollten dann eben auch diese Aussagen getroffen werden. In dem Fall zeigt er dann ein Kursdiagramm mit einer logarithmischen Darstellung, das den Bitcoin Liquid Index und den durchschnittlichen Bitcoin Kurs pro Jahr aufweist und hier sehen wir relativ gut, wie die Kursentwicklung vonstatten gegangen ist. Wenn wir uns dann die grüne Linie angucken, das ist dann letztendlich die Prognose, die Mike McClone hier aufgestellt hat. Denn er ist der Meinung, dass der Bitcoin dann eben einen Peak von 400.000 US-Dollar erreichen wird. Das ist nochmal deutlich optimistischer als das, was wir von Plan B, dem Erfinder vom Stock-to-Flow-Modell in dem Fall gehört haben. Es bleibt also spannend, denn wie gesagt, man muss nun mal bei diesen Geschichten aufpassen. Solche Aussagen sind in gewisser Weise gefährlich und jeder sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Was man aber nicht wegreden kann, ist definitiv das Interesse von verschiedenen Nasdaq-notierten Unternehmen, wie zum Beispiel MicroStrategy, die ja mittlerweile über 91.000 Bitcoins für knapp 2,2 Milliarden Dollar gekauft haben und die damit einen sehr, sehr starken Gewinn hinbekommen haben. Ein Coin hat im Durchschnitt, das sind jedenfalls die Aussagen von dem CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, knapp 24.000 US-Dollar gekostet. Und so ist natürlich ein extremer Zuwachs zustande gekommen. Aktuell sind wir wieder auf einem guten Weg, die 60.000 US-Dollar zu erreichen und im besten Fall natürlich auch zu überwinden. Weitere Unternehmen sind da natürlich aktiv geworden, haben sich das Ganze angesehen und sind der Meinung, dass es eine zukunftsorientierte Investition sein kann. Tesla hat 1,5 Milliarden US-Dollar investiert, ebenso wie Square, die eben auch knapp 50 Millionen US-Dollar in die Hand genommen haben. Und eben zum Beispiel auch ein kanadischer Pensionsfonds, der einige Millionen Dollar in die Hand genommen hat. Man sieht also an vielen verschiedenen Stellen, dass dadurch ein entsprechender Trend losgetreten wurde. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man aufpassen sollte, denn ohne Grund würde Morgan Stanley zum Beispiel auch den wohlhabenden Investoren nicht unbedingt die Möglichkeit nehmen, mehr als 2,5 Prozent ihres Vermögens in den Bitcoin zu investieren. Sicherlich kann man von Morgan Stanley halten, was man möchte. Unabhängig davon bieten sie trotzdem ihren Investoren ein entsprechendes Anlage-Asset an, um also in den Bitcoin zu investieren. Und sie haben hier eine Restriktion in Höhe von 2,5 Prozent mit eingebaut, um also die, in Anführungsstrichen, Investoren hier zu schützen, weil sie wahrscheinlich immer noch davon ausgehen, dass der Bitcoin zu volatil ist, weil es gegebenenfalls sogar zu viel Manipulation gibt, so wie wir das von der SEC schon häufiger gehört haben. Unabhängig davon konnte die durchschnittliche Jahresrendite für Bitcoin seit Einführung jeweils knapp 200 Prozent erreichen. Und ich persönlich bin, unabhängig davon, von diesen ganzen Aussagen, die wir hier gehört haben, extrem bullisch eingestellt, ob es am Ende 400.000 US-Dollar werden. Da bin ich mir nicht sicher. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Bitcoin in weiterer Zukunft weiter ansteigen wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir 100.000 US-Dollar bis zum Ende des Jahres sehen können. Ein sehr gutes Ergebnis aus meiner Sicht, wobei natürlich höhere Werte noch besser wären. Wenn wir dann aber zurückblicken auf die letzten Jahre, dann sieht man eine extreme Entwicklung, eine extrem starke Akzeptanz. Und umso spannender wird es dann in Zukunft, die ganze Geschichte zu beobachten. Gucken wir uns das letzte Thema an. Und hierbei geht es vor allem um das Thema mit dem Blockchain-gestützten Pandemie-Ausweis. Und zwar hat der Gouverneur von New York den sogenannten Excelsior Pass eingeführt bzw. angekündigt, der ab dem 2. April dann im gesamten Bundesstaat verwendet werden kann. Dazu gibt es auch eine offizielle Aussage, die wie folgt lautet. Die New Yorker haben bewiesen, dass sie den Ausweisungen des öffentlichen Gesundheitswesens folgen können, um die Pandemie zurückzuschlagen. Und der innovative Excelsior Pass ist ein wichtiges oder weiteres Werkzeug in unserem neuen Werkzeugkasten, um das Virus zu bekämpfen. Während mehr Wirtschaftssektoren sicher wieder öffnen können und persönliche Informationen sicher bleiben. Man möchte diesen Pass nämlich mit der Blockchain verbinden und darüber die ganzen Daten laufen lassen. Das ist also letztendlich ein Blockchain-basierter digitaler Gesundheitspass. über eine Plattform von IBM, eine entsprechende Datenbank, die also dahinter liegt. Und diese bietet eben die Möglichkeit, Daten vorzuhalten, vor allem eben Testergebnisse. Das ist natürlich keine so uninteressante Sache. Das Ganze sieht dann aus wie eine mobile Bordkarte einer Fluggesellschaft. So kann man relativ einfach nachvollziehen, wann jemand geimpft wurde, ob jemand geimpft wurde oder eben auch welche Testergebnisse zuletzt vorlagen. So hat man also die Möglichkeit, deutlich transparenter vor entsprechenden Behörden oder eben auch Geschäften solche Informationen zu teilen. Ob das Ganze in New York dann wirklich Anklang findet, das werden wir wohl erst nach dem 2. April wissen. Dennoch ist solch eine Idee gar nicht so schlecht, denn die Vorteile der Blockchain zu nutzen in dieser Hinsicht sind sicherlich zukunftsorientiert. Umso spannender wird es dann eben auch, ob solche Umsetzungen bzw. Ideen auch nach Europa kommen können. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls das so war, würde ich mich riesig immer noch einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Ciao.